Ich hab fast gekotzt. Hä, wieso? Was ist denn los? Hat doch einen guten Körper. Akzeptiere ich nicht. Ich musste anhalten, ich hab mich ins Bett gelegt, mir ist kalt geworden, ich hab ne Decke drüber gemacht, ich hatte Schüttelfrost, weil es ist mein Standard. Das ist doch voll übertrieben, das braucht man doch gar nicht. Jaja, das ist dein Standard. Hab ich gedacht, ah, ich würde jetzt gerne liegen bleiben, bla bla. Nein, ich diskutiere nicht mit mir. Dein Standard wird darüber entscheiden, ob du erfolgreich bist im Leben oder nicht. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Ich mache heute ein Beispiel an mir und dann wirst du verstehen, was ich damit meine, dass der Standard komplett subjektiv ist. Komplett. Wie war es bei mir? Was hat das auf sich? Also bei mir, wenn du meine Videos siehst, die letzten 5, 6 Jahre auf YouTube, solange ich YouTube mache, habe ich immer gesagt, in allen Videos, ich wiege 87 Kilo, ich wiege immer 87 Kilo, das ist mein Standard und den halte ich und gibt's nichts anderes zu diskutieren. So, und dann über die Jahre, also so seit ich in Dubai bin, war immer 87, 87. Und dann so vor zwei Jahren hat's glaube ich angefangen, dass das so von, vielleicht so, das war ganz schleichend. Ich hab das auch nicht wirklich beobachtet oder so. Also von 87 war's dann vielleicht irgendwann so 87, 5 und dann so 88, aber das hab ich jetzt nicht so krass gemerkt, weil ich meine, es war immer noch ein Sixpack da. So, und dann hab ich nicht so mega, ja, da mich drum gekümmert, so. Und dann wurde es halt aber ein bisschen mehr so. Dann ist es auf einmal so von 88 auf 88, 5 gegangen. Und dann so Anfang des Jahres hab ich gemerkt, oh komisch, ich bin irgendwie ein bisschen schwerer. Jetzt, wenn ich rausgehe, irgendwo an den Strand, dann würde niemand sagen, oh der hat aber eine schlechte Figur, sondern, ja, Sixpack war halt immer noch da. So, und dann ist es dann immer mehr geworden. Und Richtung Mykonos-Urlaub jetzt im Sommer hab ich gemerkt, oh, shit. Irgendwie sind's ja jetzt schon irgendwie so 89 Kilo oder 89,5. Da hab ich gedacht, warum wieg ich denn jetzt so viel? Okay, das ist ein bisschen heftig. Aber ich hab gedacht, okay, geh ich mal nach Mykonos und so. Und auf Mykonos hab ich nicht wirklich gecheatet, dass ich jetzt so irgendwas Ungesundes gegessen hab, aber halt das griechische Essen. Dann war's so mit ein bisschen Fried Zucchini, also dann so mit ein bisschen Panade dran. Und dann auch Cheese Sakanaki, der Käse, der auch so ein bisschen ummantelt ist. Und dann hier ein bisschen, da ein bisschen. Dann hab ich schon so gemerkt, ah, ich glaub, ich hab ein bisschen zugenommen. Dann hab ich so die letzten ein, zwei Tage hab ich gedacht, ja, okay, jetzt ein, zwei Tage hier auf Mykonos, dann cheate ich einfach mal. Weil eigentlich so das mit dem Cheaten, was man dann früher macht, so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen oder so, das mach ich gar nicht mehr, das brauch ich nicht mehr, das ist halt einfach nicht mehr in meinem Leben. Aber dann hab ich auf jeden Fall die letzten zwei Tage gedacht, okay, jetzt ess ich mal irgendwie hier ein Eis und dies und das und kreuz und quer. Und gerade wenn man mal cheatet, dann zieht es ja auch sehr viel Wasser rein. Und dann bin ich zurückgekommen nach Dubai und hab mich auf die Waage gestellt und ich dachte, ich fall hinten rüber. Aber ich hab 92,8 gewogen. Und da hab ich gesagt, und das ist genau das, was ich jetzt meine, es ist der eigene Standard. Das ist subjektiv. Da hab ich auf jeden Fall gesagt, okay, Ceci, definitiv, das akzeptierst du nicht. Ich möchte nicht nur dahin kommen, wo ich vorher war, so bei 87. Ich möchte die Figur haben meines Lebens und ich möchte das als Standard behalten, weil ich akzeptiere nicht, dass man erahnen kann, dass ich ein Sixpack hab. Ja, ja, 99% da draußen würden sagen, wieso, was denn los, hat doch einen guten Körper. Akzeptiere ich nicht, weil es subjektiv ist. Ich wollte dahin kommen, dass man alles sieht, dass ich kein Fettgewebe hab und das ist mein subjektives Empfinden. Und das ist genau das Entscheidende. Wenn du jetzt zum Beispiel Elon Musk sagst, ja, hast du Bock, diesen Job anzunehmen, du kriegst 10.000 Euro im Monat. Da würden wahrscheinlich 90, 95% der Menschen sagen, ey, 10.000 Euro, das ist doch voll gut. Aber Elon Musk würde sagen, nein, mach ich nicht, weil warum? Das ist ja nicht mein Standard. Das heißt, der Standard, was man selber akzeptiert, ist der entscheidende Faktor über das, wie man handelt. Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel mein Standard ist, dass ich mich um meine Kinder kümmere, würde ich dann sagen, von der Schule abholen heute? Ah, boah, da hab ich ja heute gar keinen Bock zu. Ich glaub, ich bleib einfach sitzen und guck Netflix. Nein, nein, das würdest du ja nicht sagen, weil das ist ja nicht dein Standard. Weil du sagst ja, du musst es erreichen. Also das heißt, ist mein Standard, gerade eben so die Miete zu bezahlen oder ist mein Standard, nee, nee, Moment mal, ich will mindestens, jetzt beim ganz krassen Beispiel Elon Musk, ich will Millionen haben. Ich habe mit Jeff Bezos 25 Jahre alt und er sagte mir, Dave, ich will dich investieren in meine Firma, was du machen? Ich werde ein Buchstaben in meinem Garage, okay? Ich werde es online kaufen, und ich werde es online kaufen, und ich werde es aus meiner Garage kaufen. Aber wenn du mich investieren, Dave, someday, ich werde ich den richest man in der Welt, ich werde über 100 Milliarden. Erstens, da gab es keine Art von 100 Milliarden, 25 Jahre alt. Statistisch, da gab es keine Art von 100 Milliarden. Our national debt was in 100 Milliarden. Und this dude is telling me, at 26 years old, that he's going to be the richest man in the world, because he has a garage and the internet. That was his truth. No, but he did not, he did not know it, and neither did I. But the difference between him and I, is I was laughing, scoffing, and jesting at him, and he was already applauding himself, going, at the right way, at the perfect time, I'm going to make as much as I can, as quickly. And I'm sitting there going, there's no way this is going to be a big business. Was ist mein Standard? Und das Entscheidende daran ist, man handelt danach. Das ist es ja. Du kennst die Beispiele vielleicht, wenn du dich in der Persönlichkeitsentwicklung mal so ein bisschen durchgelesen hast, dann kennst du diese Beispiele wahrscheinlich zuhauf. Ein Restaurantbesitzer hat ein Restaurant und macht irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Umsatz, 5.000 bleiben netto für ihn übrig. Dann denkt er sich, oh okay, 5.000 bleiben übrig, das ist ja voll gut, dann mache ich jetzt ein zweites Restaurant auf. Dann macht er ein zweites Restaurant auf, weil er denkt, er verdient dann mehr, aber er hat nicht den Mindset, dass er denkt, dass er dann doppelt so viel verdient und was dabei rauskommt ist, er verdient immer noch 5.000 und das ist einfach nur auf die Hälfte aufgeteilt. Also hier geht der Umsatz runter, hier auf die Hälfte und er verdient immer noch 5.000. Weil er hat nicht seinen Standard oder er hat nicht sein Mindset geändert. Das ist so entscheidend. Wenn ich zum Beispiel den Mindset habe und wie gesagt, es ist subjektiv. Wenn ich sage, ich möchte als Beispiel 100.000 Euro auf dem Konto, möchte ich angelegt haben und das ist mein Standard, egal was ich mache, ich muss das erreichen. Dann würde ich zum Beispiel nicht akzeptieren, einen Job zu machen, wo ich das sicher, 100% sicher nicht erreichen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lagerarbeiter bin oder wenn ich jetzt zum Beispiel an der Kasse irgendwo arbeite, wie lange würde ich brauchen, um 100.000 Euro gespart auf meinem Konto zu haben? Das heißt, diese Person würde dann sagen, nein, das mache ich nicht. Diese Person würde dann vielleicht sagen, ja, ich mache was anderes. Da kann ich das schon mal nicht machen. Da erreiche ich das sicher nicht. Das heißt, ich muss mir was überlegen. Was kann ich machen, damit ich mein Ziel erreiche? Und dann sagt die Person vielleicht, wie wäre es eigentlich, wenn ich versuche, Autos zu verkaufen? Ja, ich mache jetzt einen Job und dann versuche ich mir 500 Euro beiseite zu tun und dann verkaufe ich mir irgendein günstiges Auto. Dann, keine Ahnung, beim Freund lackiere ich das für 100 Euro, dann verkaufe ich das für 1.000. Und dann nehme ich die 1.000 und kaufe irgendein Auto für 1.000 Euro. Und dann versuche ich es wieder ein bisschen schick zu machen. Vielleicht habe ich einen Freund, der arbeitet als Kfz-Mechaniker oder ich selber. Und dann mache ich das so ein bisschen schick und lasse es gut laufen und dann verkaufe ich es für 1.500. Und dann verkaufe ich ein Auto für 1.500. Das heißt, die Person wird irgendwie eine Möglichkeit finden. Und es gibt nicht nur die Möglichkeit, Autos zu verkaufen, sondern vielleicht macht er dann Affiliate-Marketing. Vielleicht sagt er, alles klar, ich will jetzt Affiliate-Marketing machen, weil ich verkaufe jetzt ein Produkt. Ich empfehle jetzt ein Produkt, zum Beispiel von Coach Cecil und kriege dafür 30% Provision, ohne dass ich das Produkt selber erstellt habe. Ich gehe auf Facebook-Seiten, ich schreibe jeden Tag 200 Leute an. Egal wie, ich will die Provision haben, ich will das pushen. Ich schreibe jeden Tag mit 200 Leuten nebenbei. Damit ich dann jedes Mal 30% Provision bekomme, als Beispiel. Und dann verdient die Person nebenbei. Das heißt, was mein Standard ist, ist komplett subjektiv, was ich erreichen will. Für mich ist mein Standard, ich akzeptiere nicht, dass ich mit, oh, ich glaube, der hat ein Sixpack irgendwie da, schwabbelt aber noch ein bisschen was. Ich akzeptiere das nicht mehr. Und der Mensch muss immer so einen Schmerzpunkt haben, wo es richtig so weh tut, wie ich jetzt, als ich mich auf die Waage gestellt habe nach Mykonos und da habe ich gesagt, alles klar, Dankeschön, Cecil, das hier kann ich jetzt selber kontrollieren und das werde ich machen. Ich werde nicht akzeptieren, dass ich nicht mit meinem Körper zu 1000% zufrieden bin, weil ich weiß ja, wie es funktioniert. So, das war einfach nur so über die Jahre, alles klar, sieht noch gut aus. Nein, akzeptiere ich nicht mehr. So, und ich bin dann wirklich von Mykonos nach Hause gekommen. Ich habe mich morgens, jeden Morgen, 5 Stunden auf den Crosstrainer gestellt. Ich habe meine Ernährung so strikt gehalten. Ich weiß natürlich, wie es funktioniert, weil ich schon mehr als 20.000 Menschen dabei geholfen habe, einen Leben langen Traumkörper zu halten, weil es ist immer ein Shift im Kopf. Es ist nicht nur ein Ernährungsplan. Hier, du kriegst einen Ernährungsplan, mach den mal, hast du einen Leben langen Traumkörper. Das funktioniert nie. Deswegen nehmen 99% der Menschen wieder zu. Nein, es ist ein Shift, den man im Kopf verstehen muss, damit man weiß, was man macht. Man muss sein Mindset ändern, damit man das Ziel ein Leben lang hält. So, ich habe ein Leben lang 87 Kilo, dann bin ich hoch, dann habe ich gemerkt, Moment mal, 87 ist nicht mehr mein Standard. Mein Standard ist 82. Ich bin dann innerhalb von einem Monat runter auf 82 und halte jetzt auf 82. Und ich werde da halten, weil ich will diese Figur. Ich fühle mich damit besser. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe 20.000 Menschen damit geholfen. Es ist immer nur ein Shift im Kopf. Hatte ich Lust darauf, jeden Morgen zum Sport zu gehen? Habe ich mich müde gefühlt? Habe ich gedacht, ich würde jetzt gerne liegen bleiben, bla bla? Nein, ich diskutiere nicht mit mir. Ich habe ein Ziel, das mache ich. Punkt. Es gibt nichts zu diskutieren. Ich diskutiere nie mit mir, weil ich diskutiere nicht mit mir. Ich habe, was ich machen will und dann mache ich das. Punkt. Ich bin jeden Morgen dann aufgestanden um 5.40 Uhr, habe meine Kinder zum Schulbus gebracht, habe mich dann auf den Crosstrainer gestellt, vier bis fünf Stunden jeden Morgen dabei gearbeitet. Das ist für mich jetzt die perfekte Morgenroutine. Ich liebe das. Morgens aufzustehen, schon zum Sport zu gehen, schon was gemacht zu haben, schon gearbeitet zu haben, schon was erreicht zu haben, schon Wissen ins Gehirn reingepumpt haben. Ey, viel geiler als um 10 aufzustehen, um 11, wie ich es vorher gemacht habe. Ist der halbe Tag weg. War das anstrengend am Anfang, als ich da mit 92,8 Kilo auf dem Crosstrainer war? Ja, ich hatte richtig Probleme. Mir haben die Beine wehgetan. Und dann einmal bin ich runtergekommen und das war wirklich eine Überlastung. Das war, glaube ich, am dritten Tag. Mir ist so schlecht geworden. Ich habe Schüttelfrost bekommen. Ich habe fast gekotzt. Ich habe dann ein bisschen was gegessen. Ich musste anhalten. Ich habe mich ins Bett gelegt. Mir ist kalt geworden. Ich habe eine Decke drüber gemacht. Ich hatte Schüttelfrost. Ich war komplett Feierabend. Das hält mich aber nicht ab. Weil wenn der Geist stärker ist als dein Körper, mich hat es nicht interessiert. Ich stand am nächsten Morgen natürlich wieder auf dem Crosstrainer, weil es ist mein Standard. Das ist doch voll übertrieben. Das braucht man doch gar nicht. Jaja, das ist dein Standard. Elon Musk, der verdient so und so viele Millionen oder irgendein Millionär. Ja, nee, aber so viele Millionen muss man ja nicht verdienen. Nee, nee. Weil das ist ja nicht dein Standard. Und deswegen entscheidet immer der Standard darüber, wie wir handeln und was wir machen. Das ist so wichtig. Es kommt immer auf den Standard an. Was akzeptiere ich selber? Wenn ich selber akzeptiere, dass ich ab 25. des Monats schon alles zurückfahren muss, weil dann muss ich ja wieder die Miete bezahlen. Und wenn ich das als Standard akzeptiere, dann werde ich nicht handeln. Wenn ich aber sage, ich muss diese 100.000 Euro an der Seite haben, aus welchem Grund auch immer. Das Motiv ist dann anders. Vielleicht kann es sein, dass man einem Familienmitglied helfen muss, der, keine Ahnung, Krebs hat und eine alternative Krebstherapie kostet 100.000 Euro und du musst es innerhalb von einem halben Jahr haben. Das kann sein. Kann sein, dass du auch einfach ein Statusproblem hast, dass dein Vater dich immer runtergemacht hat und gesagt hat, du bedeutest nur was, wenn du ein Ferrari hast, weil die, die ein Ferrari haben, haben was erreicht im Leben. Vielleicht hast du das Ziel. Keine Ahnung. Was das Ziel ist, ist auch subjektiv. Aber wenn du sagst, ich muss diese 100.000 erreichen, egal wie, und du arbeitest zum Beispiel an der Kasse, aber dein Mindset, dein Standard ist bei 100.000, dann wirst du noch nach dem Job gucken, dass du Autos verkaufst, dass du Affiliate-Marketing machst, dass du Dropshipping machst. Dann wirst du nach der Arbeit noch am Rechner sitzen und nach Möglichkeiten gucken, wie du dich weiterbildest, was machen Menschen, die mehr verdienen. Weil, überleg mal, du siehst jemanden hier in Dubai zum Beispiel, also jetzt, wenn du hier einen Lamborghini oder einen Ferrari siehst, dann denkst du nicht, boah, das ist ja voll krass. Nein, nein, das ist hier normal. So, was machen die Menschen, die solche Autos fahren? So ein Auto, oder manchmal fährt hier ein Bugatti lang, Bugatti kostet 3 Millionen. Das sind dann 35-Jährige, die da drin sitzen. Haben die das alle vom Papa? Nein. Das heißt, komisch. Der fährt ein Auto für 3 Millionen. Dafür müsste ein Durchschnittsbürger, ich glaube, 800 Jahre sparen. Der ist aber erst 35. Wie macht der das? Das heißt, es gibt ja Möglichkeiten ohne Ende. Und jetzt, während der Finanzgeschichte, was da alles draußen los ist, in den letzten ein, zwei Jahren, haben wir so viele Neumillionäre dazu bekommen, wie noch nie vorher, noch nie in der Geschichte der Menschheit. Weil es da draußen so viele Möglichkeiten gibt, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Aber es ist immer der Standard, den ich subjektiv mir sage, ist es dir wichtig, dein Kind vom Kindergarten abzuholen? Ja, ja, dann machst du das. Ist es dir wichtig, die Zähne zu putzen? Ja, ja, dann machst du das. Welche Sachen sind einem wirklich wichtig? Und dieser Standard, den man für sich selber setzt, der natürlich immer im Gehirn anfängt, der entscheidet darüber, wie erfolgreich wir im Leben sind und vor allen Dingen auch, wie wir handeln. Weil wir wissen, wenn mein Standard ist, ich muss das Geld verdienen, dann kann ich nicht nur mich damit zufrieden geben, weiter an der Kasse zu haben, weil damit werde ich mein Ziel nicht erreichen. Und das Ziel ist völlig subjektiv. Da kann man jetzt sagen, ja, Sessi, aber das ist nicht mein Ziel. Ja, dann ist es nicht. Es muss ja nicht sein. Nicht jeder muss mit dem Sixpack rumlaufen, aber ich fühle mich halt besser, weil ich das bin. Nicht jeder muss unabhängig Geld verdienen, dass der Chef einem nicht mehr sagt, ey, ich stehe morgen dann auf, gehe dann, beantrage Urlaub sieben Jahre vorher. Nicht jeder hat den Standard, ich aber. Das heißt, ich in meinem Leben akzeptiere nicht, dass mir irgendjemand sagt, ey, komm morgen dahin. Nein, nein, ich habe keinen Termin in meinem Leben. Deswegen kann ich selber entscheiden, gehe ich morgens um fünf zum Sport oder wache ich um zwölf auf, um eins oder so. Na, aber ich fühle mich besser, wenn ich um fünf aufstehe und beim Sport bin morgens. So, das ist immer der Standard, was wollen wir selber erreichen. Aber für mich, deswegen subjektiv, kann ich sagen, ich habe gerne eine unabhängige Einnahmequelle, ich habe gerne einen guten Körper, ich kümmere mich gerne darum und ich lasse mich nicht von meinen Emotionen leiten und zwar nie. Ich diskutiere nie mit mir. Wenn ich was erreichen will, dann mache ich das, bis ich es erreicht habe. Punkt. Damals Basketballprofi. Hatte ich immer Lust zu trainieren oder habe ich jetzt Lust, auf einen Crosstrainer zu gehen gleich? Nein, nie. Es ist nie so, dass Sportler denken, ey, ich bin Sportler, ich bin Profisportler, weil ich voll Lust habe, das zu machen. Ein Sprinter, der trainiert zehn Jahre, zweimal am Tag, um 0,1 Sekunden schneller zu werden auf 100 Meter. 0,1 Sekunde, da trainiert er zehn Jahre für. Es ist immer das, was wir uns selber sagen. Deswegen ist es subjektiv. Deswegen muss jeder sich überlegen, was ist mein Ziel? Wie kann ich das erreichen? Ah, ich möchte finanziell frei sein, ich möchte unabhängig sein. Dann muss ich mich erkundigen, wie macht man das? Ah, ich möchte einen tollen Körper haben. Dann muss ich mich erkundigen, wie macht man das? Ich möchte Geld verdienen, ich möchte tolle Beziehungen haben. Dann muss ich mich erkundigen, wie mache ich das? Was ist mein Standard? Was ist mein Standard in Beziehungen zum Beispiel? Was ist mein Standard in allen Bereichen vom Leben? Und genau das, und hier fängt es halt immer an, erkläre ich ganz genau im Webinar. Da erkläre ich fünf Punkte, wie man auf keinen Fall, wenn man nur einen Punkt von denen hat, kann man sich nicht befreien. Dann kann man niemals frei sein und ein unabhängiges Leben führen. Aber wenn man die fünf Punkte beachtet, und deswegen sprießen die Millionäre da draußen aus dem Boden, wie nie zuvor, weil wir so krasse Möglichkeiten haben, wie nie zuvor, wenn man diese fünf Punkte beachtet, dann kann man sich komplett abkoppeln. So, und deswegen ist es so wichtig, dass du dir das Video anguckst und am Ende des Webinars wirst du sicher verstehen, was ich meine. Sicher. Und du wirst sicher sagen, ah, okay, wenn ich den Punkt nicht beachte, okay, du hast recht, dann kann man sich nicht befreien. Das wirst du dann wissen und genau, das war es erstmal für dieses Video. Der Standard, den man sich selber setzt, das ist elementar wichtig. Das ist heute so ein wichtiges Video gewesen. Teilt das gerne, liked das Video gerne, guckt dir das Webinar an. Das war es erstmal für heute. Bis dann, euer Coach, Sessi. The Matrix is everywhere. It is all around us. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo.